Ich habe neulich schon mal darüber gesprochen, wie wichtig ein Trainingspartner ist, der euch motiviert. Bei Arnold Schwarzenegger war es Franco Colombo. Dr. Franco Colombo, der dann beim Doktortitel dann auch mal egal. Bei mir ist es meine Frau und wenn es sie nicht geben würde, wäre ich heute nicht zum Training gekommen. Hätte ich einen auf lau gemacht, wäre ich in die Sauna gefahren mit schönem Cool Crunchy Crunchy. Und weil es sie gibt und weil es euch da draußen gibt, triggert mich das. Ich möchte besser sein. Ich möchte euch beweisen, dass es funktioniert. Drei Übungen. Latzug, Brustpresse, Beinpresse, Arschlecken nach Hause. 200 Kilo Latzug. Das sind jetzt 100 Tonnen Soße. Noch niemals zuvor habe ich so ein Gewicht aus dieser Übung gemacht. Letztes Mal war es mein Rekord mit 170. Noch mal vielen Dank an euch da draußen, die ihr euch die Güten probieren lasst. Und ob alle anderen das geschickt. Das darf ich sagen, weil sie scheißen auch auf mich. Ganz im Ernst. Ich stelle noch nie in meinen Videos, wenn ich sage, alle Fetten sind Idioten oder so. Niemals. Jeder, der von mir gecoacht wird, weiß, dass es mir immer um den Menschen geht. Solange du das gibst, ist mir egal, ob du alter, du jung bist, Mann oder Frau, arme oder reich, fetter oder dünnig, ist mir völlig egal. Eins, du und alleine Charakter ziehst, um das du nice bist. Alles war's, so nicht so gut. Ich nehme das mal. So, das war's. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Bis zum nächsten Mal. Ich schaffe es dir. Ich schaffe es dir.